So jetzt willkommen zu einem weiteren Nvidia Shield Tablet Video Vorweg, also erstmal wie ich spielen Portal Und ich hab noch nie mal in dem Portal gespielt Geschweige denn Portal 2 Vorweg, ich hab ja beim letzten Video schon erwähnt Wo kommt der Cursor her? Dass Nvidia mir das gestellt hat Wodurch wir auch mal ein bisschen was anderes machen können Allerdings, zusätzlich weiß ich nicht, was ich mit dem Ding machen soll Deswegen möchte ich gerne an dieser Stelle das Ding an euch rausraffeln Ja, dann habt ihr auch noch ein bisschen was mehr von der Aktion Und äh Sinnvoller, ne? Also es wird ein Gewinnspiel geben Dazu gibt es einen Link in der Beschreibung Ja, da werdet ihr dann wahrscheinlich zu meiner Facebook-Seite Es steht gerade momentan noch gar nicht fest wie ich das mache Aber es wird einen Link geben Und wahrscheinlich wird dieser Link zu meiner Facebook-Seite führen Wo alles weitere beschrieben ist Kann es sein, dass der Sound ein bisschen laut ist? Ähm, ja Und da habt ihr dann Chance Das Ding zu gewinnen Ist super neu, ja, kaum gebraucht Mit Controller, mit allem drum und dran Und ich denke einige von euch werden das äh Besser gebrauchen können als ich So, wir fangen jetzt allerdings an Direkt mit einem neuen Spiel Ich hab keine Ahnung Oh, vielleicht nochmal bei Controller Normal, 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 normal Keine Ahnung New Game Crazy Da läuft ne Zeit ab Oh Und hier ist krass Ne Toilette, ein Bett Und alles wirkte Ich weiß nur Sorry Ich weiß nur, dass man irgendwie ein Roboter ist Und 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 Boah, Alter, ich versteh sie kaum S Oh Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Oh, guck mal, da bin ich Ich bin doch ne Ische Ich bin kein Kerl Äh, äh, Roboter Okay, ich hab mich gehört Puh Alter, das Spiel ist so mindblowing, ne Ich muss zugeben Ich hab das Spiel Nie gespielt, aber ich hab einmal Ich glaube bei Holly reingeschaut War das bei Holly? Ich bin gar nicht sicher Egal Also, das Spiel ist einfach Für die, die es nicht kennen Was wahrscheinlich extrem wenige sein werden Sehr rätsellastig, ja Man muss Wege finden Aber auch Unfassbar Innovativ Und mindblowing Warte, 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 warte B, ne X To pick up an object Achso, ich muss richtig nah dran gehen Crazy Und jetzt? Guck mal, hier ist ne Schnur Ah, hier drauf Excellent Bedenk, dass das Grafik Für ein Tablet ist Das hattest du eigentlich auf so einem Kleinen Ist grad wichtig, was sie sagt, ne? Äh, eh, 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 eh Meine Mutter stinkt nach, Kaka Oh, eh, 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 eh Mir leid die Fresse Mann Ich will in Ruhe im Portal spielen und was ist jetzt los? Okay, das ist Watt der Fakt passiert hier ich bin sehr irritiert jetzt ich bin nicht geduckt oder Krass 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 Okay, ich tue mir übrigens leid, es auf Englisch ist Äh ich habe jetzt nicht herausgefunden wie man das auf Deutsch macht beziehungsweise Übel verwirrt da durchgehend ja was kriegt er nicht mehr durch ja doch her so wo ist der klotz das war da ach das wechselt immer wo es raus wo man rauskommt verstehe soll ich muss warten bis hier das portal ist bei dem klotz nein aber erst draußen aber ich nicht guter liegt da sehr schön und dann geht es da muss ich hin jetzt 9 9 ich weiß wie lange ich das mit der aushalte was willst du okay das ist eine übe zu bringen verkehr jetzt wieder Google Spracherkennung scheiße die war es nicht ich hallo ah da scheiße jack die Scheiße Jack the Raper geile Scheiße was ist das denn ich glaube ich behält das Tablet doch ja da sind wir wieder Jack the Raper geile Scheiße loading ich war so bisher mag ich das spiel muss ich sagen es ist schön angenehm so weiter geht's ja danke das habe ich sogar verstanden er ist so schwer zu verstehen ich glaube die labert halt auch zwischendurch richtig viel Gülle krass 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 hoch aber das ist das perfekte spiel für mich vor Ort und jetzt denkt ihr ich fange aber das mache ich gar nicht versteht ihr das mache ich nicht er wird schwindelig ja wie kann ich denn das andere das Geld besetzen weil die Wäsche öblich wie wie kann ich denn das andere setzen warte hier irgendeine Taste ich äh ja da muss ich vielleicht einfach wieder hoch und dann hier oh tatsache ja schön aber lustig boah den mag ich mein rechter Arm ne seit Tagen ich weiß nicht ich bin mir da irgendwas brauche eine Massage kann wer von euch massieren am besten der Hot Grill so weiter geht's nächstes Level also was heißt Level ja doch mitteltreu was was hier darf ich nicht lang guck mal dahin bin ich ich glaube das sind so die Basics die an mir vermittelt werden nicht recht grüßen treppen jetzt gehe ich da wieder hoch ach so hier pass mal auf Trick 17 je ich hab's gecheckt man kann ja auch andere Seite wieder raus ich Idiot warum bräuchte zwei Portale dieses Spiel ist für intelligente Menschen lol aber ach so ich muss wieder hier Sprachtest in dein Gesicht Arsch in dein Gesicht Arsch Alter er hat's geschafft Hansi Heft Schimmel Arsch in dein Gesicht dein Gesicht und mein Arsch könnten Freunde sein wenn ich in dein Gesicht gucke denke ich an mein Arsch mein Arsch und dein Gesicht können gute Freunde sein ja äh tschüss so weiter geht's Arsch nochmal Welcome to Test Chamber 4 You're doing quite well Danke Guck mal durch das Portal kann ich nicht weil es noch kein anderes gibt warte hier warte oh hat er nicht gemacht ahaha wuuhu Party oh jetzt hab ich zwei guck mal lol ne doch nicht das geht nämlich gar nicht once again excellent work this part required tests wuuhu huuuhu ok sorry verarscht oh Alter ich steck fest ab oh Gott ho 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 ja exzellent so jetzt müssen wir wieder google ne so am besten cooler rein ähm äh so ja ther ja püree de pomme de terre ja gourmet sprachführer diesmal ohne probleme ob es gleich da ist ein tolles gerät wo bin ich da weiter geht's ha 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 und zwei klötze und das im portal jetzt wird's jetzt wird's jetzt wird's kriminell hier hat er nicht gemacht Okenau hatte ich die auf dem Klotz und ein Mann war einfach unter präden so ein habe ich das Spiel ist ja ultrageil jetzt ist einfach richtig stumpf aber noch ist ja easy ne später soll das richtig schwer werden und man soll dieses Spiel sogar durchspielen können als Teil eines notwendigen Testprotokolles unser vorheriges Statement, die zugegeben, dass wir diese Chambre nicht monitoren würden, war eine falsche Fabrikation guter Job als Teil eines notwendigen Testprotokolles werden wir stoppen die Wahrheit in 3, 2, 1 Alter wollten die grad die Kammer hochjagen? Zeit für Google ich liebe das Nvidia Shield Tablet man hat viel Spaß damit leh 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 lol ich liebe das Nvidia Shield Tablet man hat viel Spaß damit leh 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 alter perfekt okay das mit Arsch war bisher am lustigsten tschüss so so guck mal hier oh Gott loading aller krass bin ich jetzt durch mit den ersten Sachen oder ist das einfach das Spiel Level für Level für Level Level für Level für Level Material Material oh und Gamer das war äh äh täuschend echt so 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 okay und so eine Wende kann ich nicht wow okay warte okay da kommt er OPA hab da nicht gemacht was ach ich glaub bei Portal 2 war man Roboter im Koop glaub ich Alter das Spiel ist ja geil Schwörebräu oh das äh bringt mich auf was Schwörebräu ist toll Trude Boy UPS makes a little boy's wish come true Boy Meets World B2 Alter da gehen wir mal drauf ich hoffe jetzt kommt nichts Schlimmes ach es ist eine Serie krass NEIN wie soll es bisher einmal geklappt außer jetzt so haben wir wieder ja schön wo fahren wir überhaupt hin mit dem Fahrstuhl was ist mit Alarm ich versteh sie so schlecht ne mit ihrer Roboter Sprache Achtung jetzt oder kommt er wo wo n 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 wohin ich will fast ich habe nicht springen gedrückt die falschen aufgedrückt okay aber es wird schon langsam schwieriger ich bin sehr überzeugt wir machen einfach so lange bis ich sterbe wie man jetzt zu stellen Strauss Schellen loading wo was wird das hier war da geht's leute und es ist um um okay ja ja ist nett nur ich kann nicht sterben Achtung und was ich bin irritiert dann kommt er da durch dann da und dann jetzt habe ich ihn okay äh oh alter bin ich krass alter bin ich krass du jetzt passt auf Kinder jetzt gehen wir hier erstmal lang alter bin ich krass äh so ungefähr da glaube ich ich kann ja ich kann ja gucken ich kann ja gucken ne ob das richtig ist ah es sieht gut aus ich bin ich bin so krass leute alter vater portal 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 ist ja übel gediegen ein kumpel von mir der lukas der hat immer erzählt wie geil portal ist halt die fräse aber es ist ja ich ich habe gedacht ja okay ist wohl echt ein gutes spiel aber es ist ja übel geil vor allem null probleme hier auf dem tablet und die grafik geht auch voll klar dafür dass tablet ist selber bedenken all das so ein kleines dünnes ding krassere grafik als mein riesiger tower von rüber das ist das ist oder ist nett sie hat gerade gesagt ne das nächste test eh nicht schaffbar vergiss es so jetzt schicke ich erstmal alles ab darum ist ein portal hier haben wir hier kann man den hier draufsetzen stehen ach so ich so aufpassen dass mir jetzt nicht auf den Kopf fällt die die kommen nicht durch oh Gott jetzt muss ich nachdenken okay ähm machen wir erstmal den hier so jetzt machen wir den hier und jetzt machen wir was gehen die 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 jetzt mal mit denen easy alle ohne viel nachdenken Leute ich bin da für der Portal Pro heute die Let it out, glaube ich. Ich muss übrigens nicht jedes Mal das Spiel starten, man kann einfach wieder rein switchen, oh, loading, dann wird's für ein krasses Level. Oh, da sind wir. Okay, los geht's. Man muss hier mal so Speedruns machen, ich wette, ich gibt es auch. Reiterate, previous morning, what? Wat? Laberstuhl? Hier erstmal rüber, Junge. Okay. Crazy. So, und jetzt? Ist hier was gefährlich? Was ist da? Okay, wenn ich unter mir eins mache, dann springe ich raus. Ach so, weil wenn ich tief falle, dann hinter mir, über mir? Ach, crazy. Und dann? Wo komm ich da hin? Dann komm ich da rüber? Echt? Wow! Verstehe, Physik und so, gebrochen. Und hier? Hier ist ein Punkt. Hier ist ein Punkt. Hier sind Punkte, Leute. Ich, äh, äh, was? Da sind zwei, da sind noch mehr Punkte. Ah! Ah! Nein, nein, nein! Okay. Okay. Momentum. The function of mass and velocity is conserved between portals. Ich bin total fasziniert von diesem Spiel. Ich bin total fasziniert. Aber sie sagt's ja, wenn was schnelles reinkommt, komm... Alter, übel die Piorette hier gemacht. Fang auf, ich bin raus! Überlegt euch mal was schwereres! Ihr Fledex. Warte, das ist ein guter Gedanke. Fledex. Fledex... Ah, Flatex. ...L-A-T-E-X-A-G, Aktien schloss gestern mit einem Minus von 1,76 Prozent bei 9 Euro und 48 Cent. Und... Kennt ihr ein besseres Format auf YouTube als Portal Levels abwechselnd mit Google Sprachsuche? Hä? Kennt ihr ein besseres Format? Das ist, äh... All die Zeigeren im Lömer in acceso fonctionne. ...oder im Meister, eine lerne Neuheit... Öberguer Storstock... Antjekke, Intika.. Schießt das Ding auf mich. Oh, okay, es switcht... Wow! Woh? Krass... man muss hinter mich Kohlerns hinfliegt es weiter le- 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 mein gut Erbreeß des Dings hin oder ganz hinten dass sie für Knopf ich bin üblich ich sehe halt da hinten nichts ich da oben muss es irgendwie durchfliegen ach muss ich da vielleicht ein Portal machen alter das ist halt übel schwer weil ich nicht sehe war da aber ich kann ja dahin gehen einfach indem ich nein da hat es verdammt nein 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 weil ich muss mir hier eins machen ich habe ich die jetzt komme ich aber da nicht hin weil ich muss warten bis hier das Portal kommen dann kann ich dahin rausgehen weil dahin habe ich mir jetzt ein Portal gemacht hat es zwischen den beiden nee oder jetzt bin ich hier ah warte mal so und jetzt oh gotcha okay und jetzt muss ich aber der ballert hier immer noch wild rum okay okay ach der Wechsel einfach nur die als sie das schliche okay und jetzt das schon geschießt hier jetzt kann ich da hinspringen oder was okay jetzt kann ich orange aufplätzen aber wie komme ich hier wieder runter okay okay einfach hier oh 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 das war grad übel hard try äh try hard wie auch immer und hoppa easy okay das Level war schon echt knifflig also ja doch ja doch braucht schon ein bisschen aber ich überlege halt immer die Leute die diese Spiele machen dass die für ein Brain haben müssen oder Langeweile eins von beiden krass ey wie viel Level gibt es denn in einem so einem Chapter wir spielen ja Chapter 1 12 schon Alter steht irgendwo wird ah hier ist was alles passieren kann was soll ich was soll ich Mädel wir sind wieder krasser Abgrund okay warte hier pass mal auf nur das easy so jetzt pass auf habt ihr gesehen Leute aller und jetzt jetzt wird es noch krasser Jungs und Mädels A treff ich oh Gott gut jetzt sind wir hier oben ach du dicke Mutter oh shit äh ne oder ne ich verstehe auch das hier nicht 3 und so und was ach warte und jetzt geht's ab Leute jetzt geht's ab seid ihr bereit wow habt ihr gemerkt habt ihr ge- äh wisst ihr wieso was hat angewinkelt war so wurde ich hochgeschleudert so und jetzt äh ach so warte jetzt äh mach ich da eins hin gut ne ja so genau und so ne hier kann ich überall keins machen wa oder hier oder ne äh kann ich da rüberspringen ich kann einfach rüberspringen oder ich probier's einfach mal ja doch okay ich dachte ich musste jetzt irgendwie noch komplizierter rüberbringen aber es ging so jetzt da oben die tür offen das heißt ich muss hier wieder den krassen jump des jahrhunderts machen seid ihr bereit jungs oh ne hier oh ich glaube umso tiefer man fällt was war das denn umso tiefer man fällt umso weiter kann man dann vor stoßen fliegen wie auch immer das level war jetzt aber nicht schwerer als das davor ich dachte das steigert sich immer so hier wir wollen ja auch passend zur zeit hier weihnachtszeit ne jetzt geht's los klöpse mit soos verstehe da wegen klöpse weihnachten ne hier so ganz mit klöpsen rotkohl kennt ihr doch alle so was jetzt geht's los klöpse mit soos hilfe bei mir werden frikadellen immer so weich ich bin mein usedom usedom kocht heute nicht vor Wut verstehe da kocht nicht vor Wut usedom kocht ach egal ihr habt verstanden und wenn nicht sauegal hab nichts verpasst so wir sind die sein immer die motivieren will die alte hallo ich will lehne Ach Gott. So. Nein! Och, Lokomio hier. Komm. Hoppa. Oh, ich mach das tiefer. So. So, und jetzt. Da drauf. Ja, streng dich an, ey. Ja, bisher ist richtig schwer, du Alte, ey. Die hat gesagt, ich soll ruhig weggehen, wenn mir das so schwierig ist. Aber die denkt, die spricht ja mit irgendeinem Hannes. Aber nee, die spricht ja mit Hand auf Blatt. So, den ist easy. Ne, das sehe ich von hier. Schieß! Aber der kommt da, dann geht er da rein und da raus. So. Okay. Oh shit. Ich dachte, ich schaff's noch. Alter, das ist so ein Brain Game. Jetzt. Okay. So, wo jetzt der muss in die... Ne, der muss der hinten hin. Warte, dann schmeiß ich den jetzt erstmal runter. So. So. Äh. Da muss der drauf. Easy. So, und jetzt? Jetzt. Ah, jetzt ist einer. Okay, aber ist noch nicht finito. Hä? Brauche ich noch... Hä? Warte. Lass mich nachdenken. Was ist denn... Was ist denn... Was ist denn da drauf? Hä? Was ist denn da drauf? Ah, jetzt muss ich auch einfach rein? So, und jetzt, Leute? Ne. So. Jetzt lernt. Ne. Machen wir da. Machen wir die Dienste. Oh, die Tür ist zu? Das ist doch mir egal. Was denn hier dauert lange? Was? Klabert die. Die will mich die ganze Zeit dissen, ja? So von wegen, äh, dort... Der nächste, ne? Der wird schwer. Gib auf. Aber... Loading. Loading, propoding. So. Nächster. 14. Pff. Er der Lava. Das weiß ich. Das weiß ich alles. So. So hier, äh... Wow. Ja, das ist ja toll. Oh Gott, wo bin ich? So, w-w-wollang? Äh-hä? Nee, hä? Da kann ich nicht? Wieso kann ich da nicht? Ich will aber... Das ist doch Boden. Oh, jetzt. Nee. Hä? Hallo, da ist doch normaler Boden, du Affe. Hä? Das ist doch ganz normaler Boden. Oder nicht? Warte, wenn ich jetzt krass springe? Hat nicht geklappt. Hä, aber... Okay. Ähm, egal. Ich guck weiter. Das geht anscheinend nicht. Geh mal hier nochmal lang. Ja, hier war... Oh, guck mal, hier ist nochmal... Alter, das wird krass. Was, ich darf nicht trinken? Und Strom, Wasser, wat? Ja, so. Komm mal, hier... Ist irgendwas krasses? Hier so ein bisschen. Boah, ich bin... Okay, das geht schon mal. Aber... Boah. Oh, warte mal. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Ah, hier sind sogar Symbole für Tipps oder was? Äh... 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 Aha. Was ist jetzt, Leute? Hä? Kein Rätsel ist zu schwer. Ich hab amnesia gemeistert, ihr Affen. Ah, hier, guck mal. Wo er zuvorkommt. Man braucht nur Affe sagen. Kennt die amnesia, Alter? Da gibt's üble Rätsel. So. Wobei, das ist auch schon nicht schlecht. Aber ich bin halt krass. Was gibt's hier? Oh, Backe. Ja, da kann ich da einfach rüber, oder nicht? Oder da schießt was. Wat? Ja, anscheinend konnte ich nicht weit genug springen. Das ist natürlich doof, wenn man... Achso. Wie? Keine Konsequenzen? Ist ja lame. Ich dachte, jetzt müsste ich voll viel nochmal neu machen. Okay, also, ich schaff es nicht... Ach, doch, jetzt könnte ich drauf springen, oder? Wenn er hochfährt. Ich kann doch einfach da rüber gehen, oder? Hier, jetzt. Ah, ja, okay. Oh Gott. Oh! Ah, hier schießt wer. Oh, jetzt geht's aber los, ey. Ist so, Gigi, ne? Ihr könnt einfach... Nein! Ich bin blöd! Oh, oh! Okay, jetzt wieder Konzentration. Ich bin gerade ein bisschen raus. So, jetzt geht's wieder los hier, Leute. Jetzt geht's los! Was wollte ich sagen? Ist so... So, äh, ja, ich mach das jetzt einfach hier ganz normal, ne? Nix hier mit Portal, weil das ist irgendwie nicht sicher. Weil da wird geschossen. Hä? Ihr seid es? Ja? Alter, wer ist der Boss? Wer ist der Boss? So. Wo kommt der jetzt eigentlich raus? Ach, da oben. Ach, shit, jetzt muss ich wieder rüber. Ah, warte, das ist easy. Okay, wurde gerade geschossen. Sehr schön. So. Warte, ich muss den linken schießen. Gut. Ah, ist aber auch gar nicht mal so schwer. Also, ist halt viel Lauferei so. Und erstmal den Klotz zu kriegen, dass man da drauf kommt, ist, glaube ich, wichtig. Ah, fuck, hoffentlich komme ich jetzt hoch. Wer, du fährst dich jetzt ein, du Arschding. Soll ich mich auch noch nicht so ganz klar? Oh, fuck. So. Jetzt warten wir. Achso, und dann aktiviert sich bestimmt die Plattform. Habe ich recht? Hier, zack. Was für ein Victory Lift. Ah, cool. Ah, verstehe. Okay, easy. Ja, jetzt sind wir dreimal gestorben. Aber ich wusste halt nicht, dass ich nicht so weit springen kann. Das war ja nicht... Also, einmal sind wir wirklich gestorben, wo ich da in den Portal reingemacht habe. Obwohl, da habe ich auch nicht gesehen. Ich wusste, dass der in den geballert wird. Aber es ist so schwierig, auf die Entfernung abzuschätzen, wie viel Platz man da hin hat. Gut. Alter, wie lange geht denn das? Spiel ich eigentlich gerade das Spiel durch? Oder nur ein Chapter. Ah, das ist halt so ein... Ach, hier. 15 vor 19 Uhr, der Restziele ist auch nur durch. Aber jetzt will sie wieder, dass ich aufgeben, geht doch zur Seite. Geht zur Seite hier. So, jetzt muss ich irgendwie tief fallen. Wo falle ich denn tief? Kann ich nur irgendwo tief runter, oder? Doch! Ja, Alter, ich habe wieder so den Plan, Leute. Das ist krass. So, wie geht es hier durch? Und dann... Ah, nee, warte. Ähm. Warte, 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 warte. Ich habe übel im Plan. Übel im Plan. Hier muss es hin. Alter, wieso falle ich so nicht tief? Oh, habt ihr, habt ihr gecheckt? Habt ihr gecheckt? Das erste Mal gehe ich ja nur durch. Und deswegen, äh... Falle ich nur ganz leicht. Also deswegen falle ich nur und springe nicht raus. Aber dadurch, dass ich das zweite Mal durchfalle, rausche ich das darauffolgende Mal durch. Versteht ihr? Und so bin ich rübergekommen. Easy. Das war aber noch nicht alles. Also hier ist wieder richtig crazy. Okay, da muss eins hin. So, das zweite... Das zweite muss... Da hin. Aber hier kann ich nicht durchschießen, oder? Nee. Aber durchgehen kann ich. Easy. Dann verstehe ich die... Was? Shit. Okay, dann... Nee. Hä? Immer wenn ich durch die Scheiße hier durchgehe, löschen sich meine Portale. Kann ich hier einfach so? So. Jetzt fliegt der da lang. Ah, okay. Boah, das wird jetzt krass. Ach, shit. In der Zeit, wo das hier durchrauscht, muss ich da schnell rein. Was soll ich das denn machen? Hä, wieso kommt der denn da raus? Okay, da. Da. Dann. Hier. Ah, okay. Na, einen warte ich noch. Ich muss ihn quasi da hinten angeflogen kommen sehen. Jetzt. Ach, nein. Okay, aber jetzt bin ich drin. Nein. Doch. Jetzt, 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 jetzt. Boah. Okay, dat war... Dat war nicht schlecht, gebe ich zu. So, und jetzt? Jetzt hier, krass, wa? Alter, das war nicht schlecht. Das war schon ein bisschen... Brainfuck. Das war nicht bisher... Oh, du. Wenn man so darauf kommt und das... Dann Timing. Timing war jetzt wichtig. So, wo geht's nie lang? Hier kann ich tief fallen. Okay. Ah, ich verstehe. Hoppa. Nee, es reicht nicht. Ach, guck mal, der ist angewinkelt? Nee. Gott. Dann muss ich wieder hier die Fall... Oh, nee, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Ich glaube, ich muss dann noch schnell einschießen, verstehe da? Ah. Ach, hier kann ich gar nicht. Oh. Was? Ich will hier raus. Oh Gott, das ist so Brainfuck. Oh Gott, jetzt hab ich's geschafft. Da ist echt Brainfuck des Feinsten. Übelster Sorte. Schön weit oben. Mal hochspringen. Oh, nee. Shit. Moment. Hier. Warte. Warte. Wie falle ich möglichst tief? Warte, bisher bin ich echt gut durchgekommen. Aber jetzt? Wie? Es ist ja... Eins muss da oben sein. Klar. Aber wie falle ich dann möglichst... Ach, da kann ich doch eins machen. Ach so. Ja, dann muss ich da ja einfach nur versuchen, eins hinzuballern, rechtzeitig. Wow. Geklappt. Das hier gar kein Problem, Leute. Das ist gar kein Problem. So, wo sind wir denn jetzt? Ja. Schön. Nee, oder? Okay. Das geht aber schnell. Ich zeig. So. Aber das war hier jetzt auch schon nicht schlecht, muss ich sagen. Oh Gott. Nee. Shit. Okay. Konsentation. Max. Nee, shit. Das war auch wieder richtig Brainverkehr. So. Ah, ich hab zu früh geballert. Zu früh! Man darf auch nicht... Man hat halt einen gewissen Delay. Nein! Das war wieder knappisch. So weit oben wie möglich. Okay, ist auch egal. Gut. Dann hüpfe ich auch noch mal. Dann kann ich noch ein bisschen mehr... Ja! So. Was war jetzt hier? Ah, nee, warte. Nee, ach, ich kann da nicht durchschießen, ne? Oder kann ich da durchschießen? Nee, okay. Gut, dann... Hier ist irgendwas Tolles. Ich möchte gerne mal sehen, was da ist. Ja, um die Ecke gucken hier. GG. Hä, aber... Ach... Nee, hä? Hä, wie soll ich denn? Hä? Krass, da bin ich. So. Hä, wie komm ich da denn lang? Hier kann ich nicht durchschießen. Ach, guck mal, da warst du denn da. Ah, da kann ich durchspringen. Okay. Ähm. Äh, warte. Brain fuck, brain fuck. Oh, easy. So. Nee, warte. 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 W-w-w-moment. Hm, dann fliegt der so. Nein. Okay. Okay, okay. Ich hab... Hab ich sicher. Hä? Ach, er wird ja angewinkelt. Hä, dann einfach so? Nee. Warte, er muss da hinten ja auch treffen. Er muss quasi hier gerade doch rauskommen, oder nicht? Aber so ist er ja angewinkelt. Guck mal. Warte, ich muss quasi... Nee, wo muss ich hinsetzen? Der könnte kommen. Nee, zu, 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 zu tief. Äh, zu. So? Nee. Es muss hier mit... Nee. Es muss hier irgendwie... ...gedingst werden. Weil, er prallt ja einmal ab. Ja. So. So, muss es gehen. Oder? Oder wenn er hier gerade durch? Oh! Easy. Okay, hab ich sicher. So, was ist jetzt passiert? Wo kann ich jetzt lang? Hallo? Da wieder drüber springen, oder wat? So. Okay. Ah, jetzt bewegt sich das Ding hier. Alles klar. Boah. Brainfuck of Doom! Ist echt das... ...geilste Knobelspiel, ...was ich bisher gezockt hab, muss ich sagen. Nur warte jetzt mal hier schon mal ins hin. Wollt dann notfalls. Alter, du Arschloch! Was? Oh Gott, okay, äh. Oh Gott. Oh Gott. Also, so langsam wird es, ne? Guck mal, da kommt grad'n anderer. Oh Gott. Shit! Nein! Doch! Nee, da musste ich! Oh, nee! Kommt da grad'n noch einer? Ja. Shit! Nö! Okay, ich dacht' schon. So. Äh. Alter, das ist nicht so ganz unkompliziert, Leute. Kommt hier einer? Nee, wo... Und jetzt erst? Spring nicht! Spring nicht! Nö! Warum? Nee, schitzel! Nee, schitzel! Ach nee, hier kann ich doch einfach mal machen, ey. So, der Scheiß. Nee, okay. Gut. So. Okay. Oh, Gott sei Dank. Oh! Oh, hier wird geballert. Oh! Okay, wohin schieße ich jetzt hier? Was? Der kann ja nicht durch? Doch. Wobei da ich jetzt hin... Wo muss der hin? Ach, guck mal, hier kann ich drauf. Der rastet auch komplett aus. So, und jetzt? Alter Vater, ey. Jetzt kann ich hier einen Knopf drücken. Was sieht denn? Dann hab ich ein bisschen Zeit. Ah, ich muss ja genau durchs Loch. Nee, hä? Wofür ist denn hier dat? Wovon läuft jetzt die Zeit? Hier? Hä, jetzt ist die Zeit wieder abgel... Hä? Ah, ich weiß. Ich glaub, ich weiß. Ich glaub, ich weiß. Ich muss beide gleichzeitig aktivieren. Dann... Hä? Wofür ist denn der hier dann, wenn... Ich mach einfach mal... Ich hab keine Ahnung, wofür der ist. Man wird sich nur herausstellen. Ich probier jetzt erstmal die Scheißkugel da durchzubekommen. Und dafür muss ich einfach hier den Hebel betätigen. Crazy, ey. So. Guck. Was? Ah, das sind zwei Türen. Oh Gott. Okay. Okay. Ähm. Ich hab über, oh Gott. Im Fallsch... Oh, nach dem Level mal aus. Alter. Ich hab grad über im falschesten Moment überhaupt... Oh. Pass auf mit dem Ding, ey. So, der kann dein Ruhr prellen. So. Okay. Äh, den hätte ich gern hier. So, und jetzt hab ich hier die beiden Schalter. Ich muss das schnell machen. Und dann muss ich schnell die Portale setzen, in der Zeit... Gott, das wird überschuldet. Ja! 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 Was kann ich für Girls? Alter. Also diese robo-englische Stimme. Da hört's dann bei mir auf. Geil. Geschafft. Wuh! Alter! Dieses Spiel ist der härteste... Der härteste... Der härt... Was? Warum nicht? Hey! Warum nicht? Hat... Hat das keinen Bock mehr auf mich? Da! Der härteste Brain Fuck! Aller Zeiten! Wie viel Level gab's denn? Machen wir jetzt noch eins? Oder reicht das für heut? Was will der Cursor? Geh weg, Cursor! Loading! Alter, dieses Game! Also, das Level eben war wirklich mal schwer. So. Oh, noch drei Stück. Nee. Und die werden nicht einfacher. Ja, ja, ja! 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 Ja, 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 so. So. Liebe Freu... Ah, ich würde halt schon... Nee, Alter, es reicht. Liebe Freunde, ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht mit mir. Mir hat es derbe viel Spaß gemacht. Ich beende das hier an dieser Stelle. 16 Level durchgebombt. Mit Hilfe von Google. War nett. Äh, ja, wie gesagt, das schöne Tablet mit Controller und allem drum und dran. Verpackung, Anleitung, Kabellage und so weiter. Verlose ich an dieser Stelle. Geht dafür in der Beschreibung auf den Link. Wie gesagt, ich brauche das Ding nicht. Für mich sind Tablets halt... Keine Ahnung, ich brauche die in meinem Alltag nicht. Aber von euch können es bestimmt einige richtig krass gebrauchen. Das Ding hat ultra viele Funktionen. Noch viel mehr, als ich im letzten Video gesagt habe. Ähm, mit dem Ding kann man sogar übel krass zeichnen und so und alles mögliche. Also Leute, macht da mit, wenn ihr das Ding haben wollt. Der Gewinner von meinem letzten Gewinnspiel, da ging es so um Headset, hat sich auch riesig gefreut. Und, ähm, ja. Ich hoffe, euch gefällt die ganze Aktion. Es war somit auch das letzte Video mit dem Nvidia Shield Tablet. Tablet. Ähm, sag doch mal, wie ihr es fandet. Ich fand es immer erfrischend anders, ja, im Gegensatz zu meinem sonstigen Content. Aber das ist ja auch der Sinn von diesem Format, ne? Immer schön am Wochenende mal was total randomiges. Ja, Leute. Neues Wort. Jetzt bräuchte ich eigentlich randomiges. Komm, letzte Chance. Äh, auch schade. Das ist wirklich randomiges. Okay, Leute. Ja. Was soll ich nur sagen? Lasst ne Bewertung da und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Hau da rein!